Leute, es ist soweit. Ihr habt es alle gewollt und ich tue es jetzt. Ich esse ihn, den Hotchip. Ja, jetzt habe ich es hier in der Hand. Ich bin jetzt heute extra in den Laden gefahren, um den zu kaufen und ich werde den jetzt essen. Wir haben erstmal einen Aufkleber. Richtig schön toll. Dann haben wir noch einen Aufkleber. Dann haben wir den Chip. Ja. Und dann haben wir die Anleitung. Okay. Hier ist der Chip drin. Oh, es riecht schon irgendwie scharf alles hier. Ganz wichtig ist natürlich der Handschuh. Das ist aber auch wieder... Okay. Wir lesen uns jetzt erstmal ein bisschen was hier bei der Anleitung durch. Ah ja. Okay. Ach, es gibt auch komplette Tüten davon. Na, das ist ja mal schön. Es gibt sogar Jelly Beans. Es gibt sogar Jelly Beans davon. Okay. Erstens, Handschuhe an. Zweitens, öffne den Chip, äh, die Packung. Drittens, ess den Chip. Viertens, warte fünf Minuten. Fünftens, poste deine Reaktion an Social Media. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Ohr. Der riecht schon so. Ah, den soll man nicht mit der bloßen Hand anpassen. Alter. Was ist das? Das ist doch kein Chip mehr. Okay, Leute. Mal ganz kurz. Ich werde hier jetzt etwas tun. Ich werde meine Geschmacksnerven jetzt umbringen. Alter. Okay, okay, Leute. Schau mal Wasserflasche auf hier. Okay. Wir ziehen jetzt durch. Drei. Zwei. Eins. Kann man den hinterschlucken? Leute, wenn ich den nicht hinterschlucken kann, muss man davon kotzen? Oh Gott. Ich wütze jetzt schon wie Sau. Uh. 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 Okay, Leute. Drei. Zwei. Eins. Oh. Ach. Oh. Oh Gott, ich mache den Tag, du Tour. Ich mache den Tag, du und ich mache den Tag, du hast du einen Tag, du hast du einen Tag, du hast du einen Tag, du Oh Gott, es ist heile. Das ist eine Scheiße, Mann. Meine Nase läuft. Das ist eine Scheiße, Mann. Das ist eine Scheiße, Mann. Das ist eine Scheiße, Mann. Das ist ein Scheiße, Mann. Das ist eine Scheiße, Mann. Das ist eine Scheiße. Was ist das? Was ist das? Alter, das ist hart. Die Schafverforschmente langsam, aber der Bauch, erstmal hier alles weg. Die Aufkleber soll ich einem guten Freund schenken, deswegen hatte ich... Der Handschuh auch. Alter. Nie wieder. Nie wieder. Es mal wegschmeißen hier. Leute. Also ähm... Ja. Ähm... Es ist jetzt eine halbe Stunde vergangen und ich muss sagen... Ich werde diesen Hotchip, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gegessen und werde ihn auch zum letzten Mal heute gegessen haben. Ich werde ihn nie wieder essen. Das Schöne ist ja, ich habe 8,49 Euro dafür bezahlt, dass ich einen Chip esse und ihn danach kotze, danach weine. Alter, das ist krass. Auf jeden Fall nicht entfehlend wert, den zu essen. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen hoch, Glocke aktivieren und abo... Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall Daumen hoch, Abonniere und Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und schreibt in die Kommentare, was wir noch testen und essen und vielleicht machen sollen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.